Willkommen bei Zimmer 102, dem Hotel-Podcast. Mein Name ist Philipp. Zusammen mit meiner Frau Jenny sind wir eure Gastgeber. Wir treffen Freunde und Gäste und sprechen mit ihnen übers Reisen, Erlebnisse unterwegs und Tipps rund ums Hotelleben. Heute zu Gast David Rurz, Chef der Tourismusmesse ITB. Wenn er eins nicht ausstehen kann, sind es Schuhe im Schlafzimmer. Dafür hat er gute Reisetipps, zum Beispiel für Singapur und überhaupt viel zu erzählen von Ländern wie Georgien, Botswana und der Mongolei. Es wird super interessant, wir versprechen es euch. Zimmer 102 gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Lass uns doch direkt mal ein Abo da. Wenn ihr euch fürs Reisen und Hotels interessiert, dann interessiert euch bestimmt auch für gutes Essen und Wein. Wir haben da einen Tipp für euch. Den Podcast Foodi und Brudi, wo es um alles rund ums Essen geht. Und Terroir und Adiletten, Deutschlands Wein-Podcast Nummer 1. So, genug geredet, jetzt geht's los. Na Schatz, wie war dein Tag heute? Ja, nicht so gut. Ich muss die ganze Zeit noch über den Gast nachdenken. Oh Gott. Also, wie kann man als Gast in ein Hotel kommen wie unseres, wo wir ja wirklich darauf hinweisen, dass unser Restaurant gut besucht ist. Jetzt kommt der Gast, bekommt keinen Platz am Abend und fängt an, unsere Mitarbeiter rund zu machen. Das ging so weit, dass er ja mit dir telefonieren wollte. Am Freitagabend, sehr spät. Also, und dann, der witzigste Part fand ich eigentlich, oder auch der skurrilste Part, als er uns anzeigen wollte, weil wir ihn angeblich des Diebstahls eines Buches bezichtigt haben. Ja, aber zu seiner Verteidigung. Er fand das Buch auf seiner Rechnung beim Checkout und hatte das angeblich oder wohlmöglich nicht eingesteckt. Und dementsprechend war er sehr erschrocken. Natürlich muss man da immer ein bisschen beide Seiten beleuchten, weißt du selber, erzähle ich dir ja seit ein paar Jahren. Man darf da nicht zu schnell schießen, aber in dem Fall ganz klar. Also, dass er eine Anzeige gegen unseren Rezeptionsmitarbeiter stellen wollte, ich würde jetzt am liebsten sagen, sowas habe ich noch nicht erlebt, aber das stimmt leider nicht. Das meine ich auch. Zum Glück haben wir einen sehr guten Draht hier zur Polizei und ich glaube, die Anzeige wird nie zustande kommen. Ja, aber ich glaube auch, dass unsere Reaktion nicht die war, die dieser Gast sich gewünscht hätte. Ich glaube, dass dieser Gast eher darauf aus war, noch irgendwas on top zu bekommen oder diesen typischen Kniefall der Hoteliers oder Gastronomen und die Chance haben wir ihm nicht gegeben und wir haben uns sogar fürs Hausverbot entschieden. Wir haben uns im letzten Podcast schon mit Oli drüber unterhalten. Der größte Tipp, den es gibt, ist eigentlich immer freundlich zum Personal zu sein. Also von dem her bin ich mal gespannt, was der David heute zu erzählen hat. Genau, David Ruhitz ist heute unser Gast im Podcast und der hat viel zu erzählen, gibt sehr gute Reisetipps, aber noch schöner ist es, dass er uns in diesen Zeiten, dass die Reiselust wieder weckt und dass man einfach wieder reisen möchte, aber hört selbst. Herzlich willkommen, David. So, lieber David, willkommen in unserem Podcast, Zimmer 102. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Wir haben im Morania Berlin immer einen Steckbrief für neue Mitarbeiter und würden uns freuen, wenn du den für uns gemeinsam ausfüllst. Ganz spontan mit euch. Ganz spontan. Genau. So, machen wir es. Damit du keine Zeit hattest, dir die Antworten zu überlegen. Alles klar. So, Frage Nummer eins. Meine Leidenschaft ist? Schokolade, Schokolade und Schokolade. Kommt wahrscheinlich daher, weil du gebürtiger Schweizer bist, oder? Ja, und in Luftlinie irgendwie gefühlt 15 Kilometer von Lind und Sprüngli aufgewachsen. Da ist das Olfaktorische schon in die Wiege irgendwie eingezogen. Das glaube ich gerne. Und Frage Nummer zwei. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn lang geplante Sachen ausfallen und ich dann plötzlich Freiraum habe für Spontanes. Ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja. Ich glaube, ich weiß, um was es geht. Ich habe ein sehr geplantes Leben und ich liebe es, einfach Freiräume zu haben, die sich ergeben. Gut, auf jeden Fall. Und ich bin stolz auf. Ich bin stolz auf vier Generationen in unserer Familie, die im Moment leben. Wir haben die Omas und Opas alle, wir, unsere Kinder und auch schon zwei kleine Enkel. Das ist schon eine Spanne. Bald ein Jahrhundert zusammen. Ja, da wäre ich auch stolz drauf. Schaffen wir auch? Ich denke. Reiß dich zu sein, Philipp. Am liebsten bin ich? Am liebsten bin ich zu Hause und unterwegs. Wie geht das? Klingt ein bisschen schizophren, aber nach Hause kommen ist immer nach Hause kommen. Aber wenn ein guter Platz auf der Welt irgendwo ist, ein gutes Hotel, das ich schätze, dann bin ich da ja auch zu Hause. Also sozusagen, nämlich unterwegs zu Hause. Jetzt muss ich zwischenfragen. Dein Zuhause ist in Berlin. Berlin. Richtig. Und das ist auch dein Zuhause? Und das ist auch unser Zuhause, genau. Ich bin seit 30 Jahren ungefähr in Berlin, bin aus der Schweiz hergezogen, Anfang der 90er. Aber wir wohnen tatsächlich in Berlin. Direkt mittendrin? Nein, wir waren ein bisschen am Stadtrand. Wir haben das damals strategisch günstig so Richtung BER am südlichen Ende Berlins gelegt, unser Zuhause. Das hat sich ja dann so ein bisschen verzögert und da musste man trotzdem immer noch nach Tegel hoch. Und jetzt vermissen wir alle Tegel. Einfach durch die Funktionalitäten, das schnelle Einchecken, das Parken und so. Aber na gut, was soll man lamentieren? Jetzt kann man sich in Tegel ja nur noch impfen lassen. Und die drei Piekse habe ich schon bekommen. Also Ende. Auch in Tegel? Nee, leider nicht, sondern bei uns bei der Messe. Genau, wir waren jetzt erst zur Booster-Impfung in Tegel und es war total verwirrend, weil ich kenne es nur vom Reisen und war immer glücklich, von Tegel aus zu fliegen, weil man war sofort zu Hause. Man ist aus dem Gate raus und man war daheim. Man ist ins Taxi und man musste nicht lang erst durch den Flughafen irren und irgendwie das suchen und wo ist der Ausgang. Und ich habe es so geliebt und es war so komisch ein bisschen, dann da zum Impfen zu gehen. Auch wenn es super organisiert war, muss man sagen, aber es war einfach irgendwie ein bisschen Wehmut dabei. Dass man nirgendwo hingeflogen ist, sondern dass man nur zum Impfen geflogen ist. Sehnsucht nach Tegel. Ja, ein bisschen schon, definitiv. Und jetzt muss ich noch fragen, Heimat ist dann die Schweiz. Genau, ich bin am südlichen Zürichsehofer aufgewachsen und in Zürich zur Schule gegangen. Aber ich stimme auch ab, also in den Abstimmungsvorlagen schriftlich, wenn es was gibt für die Schweiz, bin ich noch engagiert. Ich darf ja hier als Nicht-EU-Bürger gar nicht wählen, wem ich Steuern zahle. Das ist auch so beständig. Also ist kein Problem, aber ich bin ja auch ein ordentlicher Mensch. Aber die Schweiz, würde ich sagen, ist immer noch Heimat. Ja, Heimat ist einfach Heimat, gell? Ja. Man fühlt sich zwar an anderen Orten wohl, aber die Heimat ist einfach da. Ja, und da wir eben am See groß geworden sind, ist für mich auch immer Wasser, so in Kombination mit Hügeln und Bergen, ein Stück Heimat. Und sobald das irgendwie zusammenkommt, dann gibt es so einen Reflex, der ist wahrscheinlich irgendwie ganz, ganz tief verankert. Ja, total. Beim Philipp sind es die Kirchen wegen dem Kölner Dom. Absolut, weil ich ein Vorzeigekrist bin. Die größten Kirchen, das ist dein Zuhause. Genau. Bei mir sind es auch die Berge tatsächlich. Ich bin ja gebürtige Bayerin und die Berge gehören dazu. Und sobald ich nur einen Berg sehe, denke ich mir, Heimat. Auch wenn ich nicht hochwandere, aber es ist trotzdem Heimat. Ja, definitiv. So, gehen wir weiter im Steckbrief. Das geht gar nicht. Mit Schuhen ins Schlafzimmer. Kann schon hier sein, Philipp. Das haben wir irgendwie, wir haben auch japanische Freunde und so. Und da ist ja eh die Sitte, immer Schuhe aus oder so. Und auch in anderen Kulturen muss man immer Schuhe ausziehen. Und ich finde das sonst ein bisschen albern, dass man schon in der Wohnung am Anfang die Filzpantoffeln anbietet. Also wir haben ein Parkett und Fliesen zu Hause und dann kann man auch mal mit Straßenschuhen rein. Das ist alles okay. Aber ins Schlafzimmer mit Straßenschuhen, das ist ein No-Go. Ja, lustig. Bei uns ist das genauso zu Hause. Und ich bin, wir sind so, du hast jetzt gesagt, das ist okay mit Parkett und Fliesen. Selbst das finde ich nicht. Also wir haben aus allen Hotels, wo wir waren, die Badelatschen mitgenommen. Erlaubterweise, erlaubterweise. Aber echt? Die waren ja getragen kurz, eventuell. Und bieten die unseren Gästen dann an. Und das ist dann auch schon wieder witzig, weil du irgendwo auch dann immer so, ach, ihr wart auch da? Da waren wir auch schon. Was denken denn jetzt unsere Gäste, dass wir getragene Slipper weitergeben? Nee, vielleicht können wir das nachher rausschneiden. Nein. Aber ich bin da auch total, Straßenschuhe sind für die Straße. Aber diese Sammlung übrigens habe ich auch zu Hause. Aber das beste Paar Slipper habe ich von Turkish Airlines aus der Business Class. Das sind nämlich so graue mit so einer Gummisohle und vorne auch geschlossen. Und die trage ich auch bei mir auf Langstreckenflügen. Und die ziehe ich dann immer im Flieger an. Also ich hasse es, auf diesen Flugzeugsocken dann nachts irgendwie aufs Klo zu gehen. Ja, ganz schrecklich. Aber die haben so eine gesunde Gummisohle und sind auch ein bisschen gewärmt und so. Und die trage ich dann im Flieger die ganze Zeit. Wenn wir uns mal Gedanken machen über unsere Slipper hier. Tatsächlich, ja. Vielleicht brauchen wir auch welche mit Gummisohle. Ja. Weiter geht's. Ich bin zu begeistern für, außer Schokolade. Ah ja, mit einem kleinen Sagen ist okay. Also ich bin zu begeistern für gut gespielte klassische Musik. Weil das immer die Summe ist von unglaublich viel Investment. Von immer viel Üben und viel Praxis und auch Lampenfieber überwinden und Noten analysieren und so. Und wenn dann so ein Orchester eine Malersinfonie spielt, mit vollem Apparat, mit 120 Mann und Frau, da kommen ja dann Jahrhunderte an Erfahrung kumuliert zusammen und dann Musikstunden. Und das beeindruckt mich immer sehr, dass ich da für einen relativ kleinen Obolus so viel Erfahrung aufs Mal bekommen darf. Das ist aber auch in guten Restaurants so, dass ich das toll finde, dass eben so viel Erfahrung zusammenkommt am Herd und ich dann auf dem Teller davon profitieren darf. Auch für einen vergleichsweise kleinen Obolus. Es sind auch Jahre an Ausbildungen und Erfahrungen dabei. Tatsächlich, ich habe es noch nie so gesehen, aber ich bin total faszinierend. Das stimmt schon. Du bist großer Kammermusik-Fan und spielst selber, bist Pianist, richtig? Ich habe tatsächlich im ersten Leben mal eine Ausbildung als Pianist gemacht. Ich habe auch einen Examen als Pianist. Aber ich bin dann beruflich auch andere Wege gegangen und ich gestehe es, bin ein bisschen eingerostet. Also das ist jetzt nicht jeden Tag sechs Stunden am Flügel, da reicht die Zeit auch nicht. Da gibt es schon andere Sachen. Aber ich liebe einfach gute Musik und ich mache auch ein bisschen Musik für den Hausgebrauch mit den Kindern oder mit Freunden. Also habt ihr ein Piano zu Hause? Ja, also wir haben unser altes Klavier von zu Hause aus der Schweiz importiert. Das war ganz kompliziert, weil wir auch aus der EU ein Objekt, also aus der Nicht-EU ein Objekt ausführen mussten und in die EU einführen mussten, obwohl das Klavier schon damals so alt war wie ich selber, weil mein Vater, meine Mutter das zum ersten Weihnachten geschenkt hatte. Also alles kompliziert. Und da haben wir noch einen Flügel im Wohnzimmer stehen. Das ist der Flügel, auf dem meine Frau selber auch lange Jahre Klavierstunden hatte und den sie ihrer Klavierlehrerin dann abgekauft hat. Schön. Also wenn du üben willst und mal nicht zu Hause spielen möchtest, wir haben ja auch zwei Flügel im Haus. Du kannst jederzeit bei uns vielleicht im Salon anfangen ohne Publikum und wenn Matti, unser Musikdirektor, das gut findet, dann darfst du auch unten spielen. Das müssen wir noch mal besprechen, da muss die Entrostung noch mal vorangehen. Aber den im Salon kenne ich allerdings schon. Wir hatten schon ein Firmen-Event bei euch, ein ganz tolles. Es ist ein paar Weihnachten her und da haben wir auch Weihnachtslieder gesungen. Und da musste irgendwie der Chef dann ans Klavier und dann habe ich den Flügel da ausprobiert. Also schönes Instrument da oben. Ganz toll. Das war die erste Rechnung, die ich unterschreiben musste hier und es hat mich aus den Latschen kippen lassen. Ich war darauf nicht vorbereitet, dass ein Instrument so teuer sein kann. Aber es ist das wert. Aber ich meine, man muss jetzt dazu sagen, das ist ein Steinway-Flügel. Und ich habe auch mal Klavier gespielt, sechs Jahre lang, habe dann aber allerdings durch meine Teenager-Zeit die Prioritäten anders gesetzt und habe die Priorität auf lange Fingernägel gesetzt und deswegen aufgehört leider. Ich bereue es heute manchmal. Aber damals war es tatsächlich so, wenn wir in der Musikschule ein Konzert gegeben haben, war das meistens auf einem Steinway. Und das war das besondere Highlight, auf einem Steinway-Piano zu flügen. Das geht dir bestimmt genauso, oder? Also wir hatten ja bei der Messe Berlin, früher im ICC, einen eigenen Flügelraum unter der Bühne mit Zugang zur Hebebühne. Und da konnte man immer, je nachdem, was der Pianist fürs Konzert wollte, den Flügel reinschieben und dann mit der Hebebühne auf die Bühne hoch. Das heißt, unter der Bühne war dieser Flügelraum und da hatte ich einen Schlüssel dafür. Und habe einfach ab und zu aus Interesse mal die Instrumente auch gecheckt. Und da hatten wir drei sehr, sehr schöne Instrumente. Und nach der, sagen wir mal, in Ruhestandstellung des ICCs für Kongresse, jetzt ist es ja Impfzentrum zurzeit, haben wir die Flügel teilweise verteilt auf andere Locations auf dem Messegelände. Und ich habe immer noch ein Auge drauf, wie es denen geht. Das ist irgendwie so, das ist irgendwie part of the family. Es war ein Yamaha, Steinway und ein sehr, sehr toller Bösendorfer. Ja, definitiv. Gut, dann gehen wir jetzt mal in die Zukunft. Bist du bereit? Okay. Ich würde gerne mal. Ich würde gerne mal vier Wochen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch Japan reisen, weil ich da tatsächlich noch nie war. Ich habe viele Länder besucht im Leben. Ich gehöre zu den, also im Ranking auf Platz 77 der Most Traveled Swiss. Wow. Aber in Japan war ich tatsächlich noch nie. Und das hat sich irgendwie nicht ergeben, war auch ein paar Mal schon geplant, aber durch Umstände dann wieder abgesagt oder verschoben. Also mich interessiert das Land und ich möchte nicht so rein, rauf, runter, raus, mal einen Business Trip, wo man nur das Hotel sieht und den Flughafen, sondern einfach mal Zeit haben, sich aufs Land einlassen. Und ich glaube, das ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln am besten. Das muss dann die Tokyota U-Bahn sein, wo man sich ja dann offensichtlich wie Sardinen da quetscht und geschoben wird und so. Oder auch mit dem Shinkansen irgendwie durch die Lande fahren und irgendwelche Tempeln besuchen und auf Inseln sein oder so. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Das möchte ich mal. Wenn du reist, bist du dann eher spontan und sagst, ich lasse mich auf das Land ein und ich gucke vor Ort, habe vielleicht ein paar Hotels gebucht. Oder bist du eher derjenige, der sagt, oh nee, ich weiß ganz genau, wo ich morgen bin. Ich weiß ganz genau, was ich am ersten Tag mache und am letzten Tag. Es kommt ein bisschen darauf an, mit wem ich reise. Also ich bin, glaube ich, beides oder kann beides. Also ich habe einen Freund, mit dem ich immer einmal im Jahr verreise, mein ältester oder längster Jugendfreund. Und da sind wir eher spontan. Da freuen wir uns auch über das, was uns begegnet und Menschen und Situationen. Auf der anderen Seite plane ich auch sehr gern und ich weiß, was auf mich zukommt. Also wenn ich mit der Familie reise, dann plane ich es lieber. Und dann finde ich es auch gut, wenn ich bei einer Destination gewesen bin. Also wir haben die Tradition, dass wir alle unsere Kinder immer mal nach Singapur mitgenommen haben, weil wir dort auch ein Office haben von der Messe Berlin und ich dort geschäftlich ab und zu muss. Und das finde ich immer am angenehmsten. Wenn ich die Kinder dabei hatte, dann wusste ich am Flughafen schon da und da muss man das und das machen. Da ist der schnellste Ausgang zu Taxi-Lane. Darauf muss man achten. Das muss man gesehen haben. In das Restaurant kann man mit Kindern gut gehen. Das muss man auf jeden Fall besichtigt haben. Das ist No-Go und so weiter. Also das finde ich auch irgendwie toll, wenn man weiß, was auf einen zukommt. Ist vielleicht ein bisschen konservativ auf der einen Seite, aber das Spontane mache ich dann mit meinem Freund. Und wie bereitest du dich dann vor? Hilft dir dann das Internet oder Freunde, Bücher, Guides? Wie ist deine Vorbereitung? Ich glaube, so eine Reisevorbereitung muss immer multi-optional sein. Aber am besten sind natürlich Empfehlungen, wenn dir wirklich einer sagt, da musst du hin, da musst du unbedingt das und das machen. Und ich habe auch gelernt, dass diese Empfehlungen, wenn die als Geheimtipps in Zeitschriften stehen, sind die keine Geheimtipps mehr. Da sind wir uns alle einig. Ich verstehe auch, dass die entsprechenden Magazine natürlich ihre Tipps verkaufen müssen und die Leserschaft auch anziehen müssen. Aber in dem Moment, wo die best secret places in the world irgendwo steht, dann sind es keine secret places mehr. Das haben wir in der Schweiz bei diesem berühmten Restaurant im Appenzell erlebt, da auf den Bergen, wo man nur zu Fuß hochkommt. Nachdem das irgendwie auf einer Shortlist in den New York Times stand, war der so überlaufen, so überrannt, da musste der zumachen. Und der neue Eigentümer, der vergibt jetzt Slots. Also da wird den Gästen der Teller wirklich unterm Hindern weggezogen nach 25 Minuten. Das ist irgendwie nicht schön. Nee, das ist auch nicht schön. Verliert da einen Charme und Charakter. Ich habe von jeder Stadt, wo ich bin, ich schreibe mir immer die Sachen auf. Ich habe so eine Funktion im Handy, so ein Notizbuch. Und es ist lustig, weil die tauschen wir jetzt untereinander unter Kollegen. Bei uns ist natürlich viel mit Restaurants und Hotels zu tun. Und es ist wirklich interessant, wenn man so die Listen verschickt und dann sagt, wo bist du jetzt? Ich habe auch eine Liste von New York, ich schicke dir die auch mal. Und du guckst und sagst, ein paar Sachen kennst du und ein paar Sachen kennst du tatsächlich noch nicht. Und das, wie du sagst, ist viel schöner als diese Magazine und das, ich muss immer an New York denken. Ja, an den Cronut. Wir waren in New York, haben wir abgearbeitet, den Cronut in New York zu essen. Und es war ein Erlebnis, aber es war auch gleichzeitig eine Enttäuschung, weil die Erwartungen so groß waren. Das Erlebnis war dieses Schlangestehen. Und man wurde wirklich, während man Schlange gestanden ist, weil die das kennen, entertained. Und man war total schockiert, weil man dachte, oh, jetzt kann man den Cronut essen, das ist so ein bisschen gehypt und cool und trendy und boah, wir sind jetzt dabei. Und letzten Endes wurde uns in der Schlange bewusst, okay, wir sind einer von vielen und dieses Besondere ist gar nicht mehr da gewesen. Und wir waren dann echt enttäuscht. Ich glaube, dass ein wichtiger Faktor auch ist die Qualität von Guides, wenn man sich auf Guides jetzt einlassen möchte und nicht auf eigener Faust unterwegs ist. Und da habe ich auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht in Indien am Taj Mahal, hat uns ein perfekt deutsch sprechender indischer Guide geführt. Der hatte aber alles aus dem Lehrbuch und der hat uns da so durchgejagt. Und da hat uns die Vorlesungen über die ganzen Details und Ornamente und die Frauen und Nebenfrauen und die ganzen Chars und so gehalten. Und das war am Schluss, da ist aber nichts zurückgeblieben. Aber ich finde es immer cool, wenn ein Guide aus meinem Kulturkreis, der aber dort lange lebt, mit meinen Augen sozusagen auch das anguckt, eine Destination, und mir diese Augen dann aber öffnet dafür. Also das habe ich in Georgien erlebt, wo wir einen super Guide hatten, der eben nicht aus Georgien war und der mit den westeuropäischen Augen uns gezeigt hat, guck mal, das sind so die Spots, die wir als Westeuropäer seltsam finden oder ganz cool finden. Und das, wo die Einheimischen sagen, das ist ja ganz normal oder so. Also das finde ich auch immer toll. Ich habe selber auch als Reiseleiter gearbeitet, als ich Student war in Berlin. Und deshalb, glaube ich, kann ich auch die Qualität von Guides einigermaßen einschätzen. Ob der jetzt Standardprogramm runterspult, weil das habe ich teilweise auch gemacht, das ist so ein bisschen Brot und Butter. Die Kaffeefahrt, zwei Stunden mit dem Kann-ich-ne-Züchter-Verein, das war eine Eickel, das ist halt nun mal Standardprogramm. Aber ich hatte auch schon drei Tage Smithsonian-Institut-Leute oder Freunde der Mailänder Oper oder so. Und da kannst du schon ins Detail gehen. Ist Reisen nicht eigentlich auch ein bisschen Entdecken? Auf eigene Faust? Ja, also ich halte es da mit dem Wiener Professor Golo Maurer, der die Bibliotheka Herziana in Rom jetzt leitet, der sagt, die meisten Reisenden haben eine Vorstellung von ihrem Reiseziel und was sie dort erleben und müssen nach der Reise die Vorstellung und das wirklich Erlebte miteinander versöhnen. Und wie gut das gelingt, das macht sozusagen dann die Erinnerung ans Entdecken aus. Und den Charme an die Reise. Und das können auch manchmal eben Erlebnisse sein, die schief gehen. Irgendwie, das ist ja das berühmte Phänomen, wenn alles immer rund läuft, ist der Erinnerungswert meistens ein bisschen kleiner, als wenn wirklich was blöd läuft. Aber das habt ihr auch überlebt. Oder überlebt oder erlebt. Ich kann mich erinnern, dass mal in Santo Domingo in der Hurricane-Zeit am Flughafen, als ich zurückfliegen sollte nach Europa, der Strom komplett ausgefallen ist. Am gesamten Flughafen, so sich das mal vorstellen, da gehen hunderte Flüge am Tag. Es war einfach komplett dunkel. Die Leute sind mit ihren Handylampen dann aufs Klo irgendwie gegangen. Ich habe nur draußen auf dem Rollfeld gesehen, der Gepäckwagen mit meinem Koffer zuoberst, der stand kurz vor dem Flieger, aber die hatten sich vor diesem Sturm alle unter das Dach gerettet und die Gepäckwagen einfach stehen lassen. Der war so durchnässt. Der war drei Wochen nachher noch feucht. Ich habe alles in Madrid, als ich da umgestiegen bin, einmal aufgemacht. Es war alles klitschnass, was ich da bekommen habe. Und sehr abenteuerlich, natürlich mit Verspätung und so. Aber du bist zurückgekommen, immerhin. Ich bin wieder da. Zum Glück. So, dann haben wir noch eine Frage auf dem Steckbrief. Und das wäre, sage uns drei Sachen, die du mit auf eine einsame Insel nehmen würdest. Der Klassiker. Der Klassiker. Also, es können ja nicht drei Bücher sein. Es ist ja immer schwierig mit dem Buch und so. Mit dem Buch kann man nicht zwingend überleben, gell? Ach so geht es jetzt ums Überleben. Ja klar, es ist eine einsame Insel. Eine einsame Insel. Na gut, dann ist es klar. Dann kommt mein Schweizer Taschenmesser zum Einsatz. Na klar. Das ist auch die Karte, die ich immer bei den Vorstellungsgesprächen gezogen habe. Ich bin wie ein Schweizer Taschenmesser vielseitig. Vielseitig. Das müsstet ihr für euch auch vielleicht merken, wenn ihr hier Leute einstellt, wenn die sagen, präzise wie eine Schweizer Uhr und vielseitig wie ein Taschenmesser. Eingestellt. Also, Taschenmesser muss natürlich mit ran von Victorinox. Da haben wir die Tradition, dass auch unsere Kinder ihr Messer immer selber bauen. In der Schweiz, in Brunnen am Vierwaldschettersee in der Victorinox-Filiale kann man nämlich einen Termin buchen und sich sein Taschenmesser selber bauen. Unter Anleitung von so einem Werkzeugmeister oder ich weiß nicht, wie der heißt. Da kann man sich die Schalenfarbe aussuchen, was da für Werkzeuge reinkommen und dann baut man das zusammen. Das ist ziemlich cool. Also, das kommt mit. Nummer zwei wäre wahrscheinlich Sonnencreme, weil auf den Inseln ist es ja meistens heiß. Ganz hat man im Geschmack. Und ich kriege immer einen Sonnenbrand. Ich auch. Meine Großmutter hatte rote Haare und die Haut ist mir irgendwie. geblieben. Also, ich kriege immer Sonnenbrand und bin immer einen Eincremer. Und das dritte wäre tatsächlich ein Wasserfilter. Oh, das ist natürlich sehr schlau. Aber es ist typisch, weil ich würde die Frage niemals stellen zum Überleben, sondern ich hätte gesagt, was nimmst du zum Genuss mit? Also, das ist so typisch. Bei Jenny ist da sehr strikt und sagt, nein, nein, drei Dinge. Du hast ja nichts anderes dabei. Ich bin eher der Pragmat. Ja. Was hättest du denn zum Genuss mitgenommen? Was für drei Bücher hättest du denn mitgenommen? Achso, ja. Das ist auch klar. Na, ich glaube, ich würde auf jeden Fall versuchen, die guten Kopfhörer dabei zu haben und damit man irgendwie über die Plattform gute klassische Musik hören kann. Das wäre Nummer eins. Das gehört zur Entspannung mit dabei. Bei Büchern bin ich, bin ich offen, ich lese gern Reiseführer oder vor allem Architekturführer. Die finde ich noch spannender. Es gibt einen tollen Berliner Verlag, der ganz, ganz viele Architekturführer von Städten rausbringt. Das sind die Dome Publishers. Darf man die ja Schleichwerken machen? Ja, Schleichwerken machen. Doch, doch. Ja, ja, ja. Ein bisschen Werbung machen für Dome Publishers. Diese Architekturführer von Delhi über Ulaanbaatar bis Tiflis sind einfach so toll gemacht, weil die die einzelnen Gebäude mit ihrer Geschichte, Grundriss, Funktion beschreiben. Und eine Stadt besteht nun mal einfach zum großen Teil eben aus dem, was gebaut wurde. Und ich lese die ganz gerne. Was ich würde, ich glaube, die 100 Bände der Architekturführer von Dome Publishers mitschleppen. Brauche ein bisschen großen Koffer. Aber das wäre Lektüre für mich. Und ansonsten als drittes, ich denke meine Frau, das wäre eigentlich, also müsste an erster Stelle in der Range, müssen wir vielleicht nochmal schneiden. Schneiden wir nochmal so, dass wir an erster Stelle stehen, weil das macht ja am meisten Spaß. Die ganzen Geschäftsreisen, die ich in den letzten 30 Jahren unternommen habe, sind ja keine Entspannungsreisen. Und wenn ich dann aber trotzdem mal privat in eine Destination gehen konnte, war es natürlich zu zweit einfach viel schöner. Ich war mal auf den Bergen und zwar im Himalaya und da sagte der Bergführer, dass er alleine auf die Berge geht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, ich würde da lieber zu zweit gehen, weil dann kann man das ja teilen, die Erfahrung, die man macht. Und dann sagte er zu mir, ja, aber dann gibt er ja die Hälfte davon ab an jemand anderen. Und ich war total entsetzt, weil ich gedacht habe, wie kann man nur so denken, dass man das für sich beansprucht. Ich bin da auch eher bei dir und sage, absolut, ich möchte das ja teilen. Das ist ja das Schönste eigentlich und das Schlimmste, wenn Jenny auf Geschäftsreise ist und danach kommt und mir tolle Dinge erzählt und ich sage, oh, da wäre ich gerne dabei gewesen. Also das ist so, ich glaube, das ist wahrscheinlich das Wichtigste, so schöne Erlebnisse auch teilen zu können. Definitiv. Und wie oft reist du im Jahr? Geschäftlich. Wie muss man sich das vorstellen bei dir? Also wir müssen natürlich hier die Zeit vor Corona und während Corona, glaube ich, schon nochmal trennen. Aber wir sprechen jetzt von normalen Zeiten, weil zu Corona-Zeiten ist ja alles ein bisschen eingeschränkter und so und wir reisen ja hier nicht mehr so viel Interconte im Moment und vielleicht eher dann auch mit dem Zug und so oder mit dem Auto. Aber zu normalen Zeiten bin ich schon viele Dutzend Tage unterwegs im Jahr. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gezählt, aber 100 Tage sind zu viel im Jahr auf Reisen, würde ich sagen. Ich glaube, so weit ist es nicht, aber es ist schon vielleicht knapp dreistellig. Das sind aber auch mal regionale Reisen zu Kunden oder Partnern der Messe, aber schon auch mal längere Trips. Wenn das Overseas geht, ist halt auch immer Zeitverschiebung und An- und Abreise und so. Aber was ich versuche, wenn es Geschäftsreisen sind, ob USA oder Asien, ich versuche die wirklich so kurz wie möglich zu halten, damit ich mich gar nicht erst an die Zeitzonen gewöhne. Also ich bin im Bereich Geschäftsreisen jemand, der fliegt wirklich über Nacht rein in Destination, fängt dann morgens an, die Termine abzuarbeiten, bleibt eine Nacht da, wenn es schlimm ist, zwei Nächte und dann fliege ich wieder zurück, sodass ich eigentlich gar nicht mich erst umstellen muss. Also da bin ich sehr, sehr eng getaktet immer und das finde ich auch am sinnvollsten. Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, zu einer unserer Kategorien zu kommen und zwar im Podcast Zimmer 102 gibt es die Kategorie Lifehacks. Hättest du ein Lifehacks für unsere Hörerinnen? Es muss zumindest ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ein Lifehack, was du beim Reisen zum Beispiel machst, was dir hilft, was es einfacher macht, was es schöner macht. Also Tipps und Tricks irgendwie von David auf Reisen. So ist es. Also da gibt es ein paar banale, aber ich sage die trotzdem, oder? Unbedingt. Und banal mag für dich banal sein, aber vielleicht nicht für alle. Ja, also ich glaube, die sind auch nicht so weltbewegend, aber erstens mal, wenn ich in einer anderen Zeitzone bin, schlafe ich immer mit Socken, weil ich schlafe einfach besser, ich stelle mich einfach besser um. Ich weiß nicht, warum. Ich stelle mich einfach besser auf die Zeit. Also in Asien kann man halt nie einschlafen nachts, wenn man dann irgendwie sechs Stunden oder acht Stunden hinterher ist. Und ich versuche dann einfach, ziehe mir Socken an und schlafe mit Socken. Das ist vielleicht nochmal so ein kindliches Gefühl von, hier bist du jetzt für den Moment zu Hause, hier musst du jetzt einschlafen unter der Bettdecke. Ach Wahnsinn. Hast du dann Schlafsocken? Spezielle Socken zum Schlafen? So Kuschelsacken. Nee, nicht wirklich, aber ich habe dann einfach irgendwie so, also Socken einfach dabei. Dann habe ich so einen Tick, ich probiere im Hotel immer erst die Amenities aus, wenn ich in dein Zimmer komme. Das ist vielleicht ein bisschen strange oder so, aber ich probiere die, also vor allem die Creme oder Body Lotion, die das Hotel zur Verfügung stellt und danach ist gleich mein Ranking fürs Hotel eigentlich schon gesetzt, weil dann gibt es manchmal ja so auch hochwertige Markenartikel, die sind völlig schrottig oder so und dann gibt es auch No-Name-Produkte, sie sind großartig. Also ich habe in Georgien in einem Hotel in Tiflis eine der besten Body Lotions ever gekriegt und das Fläschchen, das hüte ich wie ein Augapfel in meiner Kosmetiktasche und ganz so besonderen Anlässen gräbe ich mir damit noch die Ende einigen. Das ist komisch, aber ihr wolltet es wissen. Ich finde es super, das werde ich jetzt auch durchführen bei meinen Reisen. Genau, also meistens lasse ich die Kosmetik auch stehen, man hat ja auch genug davon zu Hause, aber so besondere Amenities nehme ich denn mit. Ja, Lifehacks, ich habe auch beim Essen so in fremden Kulturen natürlich die üblichen Regeln, dass man versucht nur Gekochtes oder so zu haben. Also Indien ist da ganz speziell, ich kann mich erinnern, wir waren mal beim Empfang in der Deutschen Botschaft in Delhi, da hatten die so eine Gartenparty, da haben die irgendwie mit Spülwasser alles abgewaschen, den Salat oder so und Eis ungekühlt hatten die irgendwie auch draußen, da war das nur nur so eine Suppe und so und ich habe da einfach so ein bisschen, also ich gucke einfach, wo das Zeug herkommt und wenn es geht, irgendwie Blick in die Küche oder dass man irgendwie weiß, wie das gemacht wird und versuche mich wirklich da an die Regeln zu halten, nur Bottled Water, auch mit Bottled Water, nur Zähneputzen, vielleicht in meinem Magen da ein bisschen empfindlicher, aber auch schon in der Karibik oder so, versuche ich dann zum Essen, trinke ich dann immer Cola, weil ich daran glaube, dass das einem irgendwie den Magen reinigt. Absolut. Ist auch ein bisschen vielleicht spooky, aber bis jetzt habe ich alles einigermaßen gut überstanden. Ich war in London bei einem Arzt vor meinem Trip in Simala und der sagte mir, du musst, wenn du in Ländern bist, wo du schon weißt, dass es eventuell mit dem Essen nicht so ganz funktioniert. Das Erste, was du machen musst, ist in den Supermarkt gehen und einen Joghurt kaufen, aber keinen europäischen Joghurt, sondern eine billige Marke, die da auch hergestellt wird, weil die Bakterien im Joghurt dir dann auch helfen, um besser quasi das Essen und Verdauung und, und, und. Ich glaube da seitdem dran und ich muss sagen, toi, 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 bis jetzt ist mir noch nie was passiert. Also auch in Indien, ich war auch in Delhi und das Erste, was ich da gemacht habe, war tatsächlich auch so einen Joghurt gegessen und ich hatte eine Woche sehr viel Curry und ich habe mich nicht an alle Regeln gehalten. Also wir haben alles getrunken und gegessen, was wir irgendwo herbekommen haben und mir ist nichts passiert. Also vielleicht ist das für deine zukünftigen Reisen ein Tipp. Super, nehme ich gerne mit. Also ich mache übrigens, wenn ich aus dem Flughafen komme, immer ein ganz ernstes Gesicht und tue so, als würde ich kein Taxi brauchen und keinen Driver. Das habe ich mir angewöhnt, weil du natürlich in den verschiedensten Destinationen immer irgendwie angehauen wirst, you need a taxi oder so, you need a driver oder ich versuche einen Driver zu organisieren, der dann wirklich da steht mit dem Schild, dass man weiß, wer es ist. Ich glaube, ich erinnere, dass ich in Johannesburg mal so an einen Taxifahrer gekommen bin. Der hat sich mir dann einfach irgendwie aufgedrängt und da habe ich gesagt, Mann, ja, ich hatte niemanden und ich fahre mich zum Hotel. Der hatte hinten am Kofferraum gar kein Schloss mehr. Also als der den Koffer reingelegt hat, nur zugeklickt, aber das Schloss war schon draußen. Als ich mich versucht habe anzuschnallen, ging der Bügel nicht einzuklicken, der war ausgebrochen und der fuhr wie der Henker. Also ich habe ihm gedacht, nee, nie wieder. Ich bin tausend Tode gestorben. Also das ist, glaube ich, auch nochmal so. Aber das ist witziger, das mache ich auch. Egal, an welchem Flughafen ich lande, ich gehe schnurstracks und ich kenne mich gar nicht aus, aber ich tue so, als würde ich mich auskennen und mich würde jemand abholen. Und erst dann, weil ich mag das auch überhaupt nicht. Und wenn man dann da in ein Taxi steigt, wenn kein Anschnallgut zum Beispiel da ist, um Gottes willen, ich wäre sofort wieder draußen. Also da haben wir was gemeinsam. Können wir zusammenreisen. Super. Also ich bin ja froh, dass ich nicht der einzige paranoide bin an Flughäfen, die man so nicht kennt. Definitiv. Ich glaube, es hat geklingelt. Ich glaube auch. Room Service ist da. Ja. Wir haben in unserem Podcast, wollen wir jedem Gast, der bei uns ist, wir überlegen uns vorher, was würde der gerne trinken. Weil es heute so ein bisschen kühler war und wir bei dir gar keine Ahnung hatten, haben wir jetzt ein bisschen Tee bestellt. Aber zum Tee gibt es noch einen schönen Rum. Ich weiß nicht, ob ihr in der Schweiz beim Skifahren auch Tee mit Rum trinkt. Also ich glaube, das müssen wir tatsächlich nochmal ein bisschen umorganisieren, weil ich überhaupt kein Alkohol trinke. Das haben wir uns fast ein bisschen gedacht. Und deshalb ist Tee super. Dann lassen wir den Rum weg. Genau. Und ihr müsst mit dem Rum irgendwie umgehen. Um Gottes willen. Aber ich nicht. Also Jenny trinkt sehr gerne Rum. Nein, gar nicht. Nein, ich trinke gar keinen Rum und bin auch tatsächlich diejenige, die relativ wenig Alkohol trinkt, außer Bier. Aber ich bin Bayerin, das gehört dazu. Das kann ich erklären. Gehört dazu, das Grundnahrungsmittel. Aber ich bin tatsächlich nicht so der Alkoholtrinker. Aber dann haben wir ja alles richtig gemacht. Und was wir noch mehr richtig gemacht haben, ist Schokolade dabei. Es ist multioptional, sehe ich hier gerade auf dem Tee. Ja, ja, ja. Sehr toll. Und TWG, da kann man auch nichts falsch machen. Kennst du die? Ja, ja, klar. Aus Singapur. Die TWG-Shops sind ja da berühmt. Und richtig groß. In Changi am Flughafen ist ja der erste Shop, der gleich entgegenkommt. Und auch in der Stadt, im Marina Bay Sands, gibt es einen riesen TWG-Kaffee, also Tee-Room-Kaffee, wo ich reinsetzen kann, alles dort durchprobieren kann. Das ist ziemlich cool. Bist du eher Teetrinker oder eher Kaffeetrinker? Ich trinke auch keinen Kaffee. Auch nicht? Nein, also ganz gesund. Und deshalb ist Tee eigentlich so neben Wasser und guten Säften. Und auf Reisen, auf Reisen, Cola, ist das so. Ist das so. Aber ich finde, dass Wasser auch eigentlich eine Berechtigung hat. Und das sind viele Destinationen, dass Wasser eben gut ist. Oder die in Hotels, die die eigene Quellen haben, in den Bergen, ist es ja oft so. Finde ich das super. Ich war vor ein paar Wochen in Altbach im Tirol und da hatte das Hotel in jedem Zimmer so einen kleinen Zugang zum Quellwasser. In jedem Zimmer hatte so einen kleinen Messinghahn und so ein Steinbecken. Und da konntest du dir das Quellwasser frisch zapfen im Zimmer. Wow. Das fand ich ziemlich toll. Das fand ich sehr relativ. Dass in den Restaurants auch aus der Quelle dann serviert wird und in Krügen finde ich toll, finde ich natürlich gut. Und es muss auch nicht sein, dass das Perrier auf die Malediven irgendwie importiert wird, auf die fernste Insel. Das finde ich da ein bisschen seltsam. Ja und das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch sehr präsent. Gerade allgemein, aber auch gerade in unserer Branche. Wir sind ja immer ein bisschen hinterher, die Hotellerie. Und das Thema Nachhaltigkeit ist gerade auch sehr präsent. Und ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen. Hier haben wir uns nie die Frage gestellt, ob wir San Pellegrino oder weiß der Geier, wie sie heißen, nehmen, sondern es ist was Lokales. Und gerade Wasser, das ist lebensnotwendig. Es soll ja auch in einem anderen Hotel dieser Stadt einen Wassersommelier geben. Den gibt es nicht mehr. Den gibt es nicht, der war noch nicht mehr. Nachhaltigkeit. Aber das Lustige, dass du sagst, weil ich auch gerade sagen wollte, es ist so, vor zehn Jahren war es noch schick, wenn man sehr viel Auswahl zum Wasser hatte. Oder vor 15 Jahren ist es dann, glaube ich, doch schon her. Und heute sagt man um Gottes Willen, Hauptsache lokal und Hauptsache irgendwie regional. Aber es ist auch, also ich habe mir immer gefragt, wie, was macht ein Wassersommelier? Also der verkauft dann die verschiedensten, vielleicht ein bisschen verrückt. So spannend ist es dann am Ende auch nicht. Aber zumindest eine, also auch Multi-Optionalität für den Gast. Und eine gute PR-Geschichte. Und ich glaube, das ist sowieso das Wichtigste mittlerweile, dass man Geschichten zu erzählen hat. Wir kommen zu unserer nächsten Rubrik. Jetzt hast du so viel von Singapur erzählt. Jetzt möchte ich wissen, welches Hotel, welches Restaurant, du hast gesagt, es ist alles geplant. Ihr habt ein Büro in Singapur. Schieß los. Ja, also ich meine, ganz Singapur ist ja eigentlich ein bisschen auf den hedonistischen Konsum ausgelegt. Also die haben ja auch das Handtaschenmieten erfunden, dass man sich die Gucci-Handtaschen für vier Wochen ausleiht aus der Handbag-Library. Echt? Und dann wieder zurückbringt. Das hast du mir gar nicht erzählt, Philipp. Und damit hast du natürlich Markenprodukte und so und Shopping. Es gibt ja an der Orchard Road allein 100 Shopping-Malls über- und unterirdisch und so und deshalb auch entsprechende Restaurants. Bei der Hotellerie in Singapur ist es ja so, dadurch, dass die meisten großen Ketten auch ihre asiatischen Headquarters in Singapur haben, sind die entsprechenden Hotels auch wirklich, wirklich top, weil wenn du das Büro mit dem CEO oben drin hast, dann willst du auch vom Produkt her auch einfach gut sein. Also es gibt tolle Hotels. Unser Partnerhotel schon seit langen Jahren ist das Marina Bay Sands. Das ist einfach vom Konzept her eine Ikone mit dem Pool auf dem Dach. Die bauen jetzt gerade ja am Tower 4, am Grundstück sozusagen, nebendran. Was ich toll finde, dass man eben zu Fuß in die Gardens by the Bay gehen kann. Von da aus zu Fuß in die Mall, zu Fuß ins Museum, ins Theater, zur Messe natürlich. Also es ist ja eine Stadt in der Stadt mit 20.000 Angestellten. Man muss trotzdem sagen, es ist natürlich eine andere Form von Luxus. Also die Form von Luxus, so wie ich sie auch nach meinen Reisen definieren würde, von New Luxury, ist natürlich etwas Kleines. Es ist ein Hotel unter 50 Zimmern, ist personalisiert, ist Guest Profiling, ist regionale, lokale Produkte. All das, was ihr eben hier praktiziert. Marina Bay Sands ist das volle Gegenteil. Das ist eine Maschine. Aber sie ist gut eingeölt. Also du wirst am Gate schon abgeholt als Gast und durch den Flughafen geschattelt. Du wirst persönlich hingefahren. Wenn du ankommst, kommt dein Betreuer oder dein Host schon zum Taxi. Hilft dir aus dem Taxi und begleitet dich ins Zimmer, macht das Check-in auf dem Zimmer. Man kann aber natürlich auch sich das in der großen Halle antun und wartet dann teilweise halt auch eine halbe Stunde im Check-in, weil 400 Leute gleichzeitig Reisegruppen aus China einchecken. Der Pool ist sensationell. Die Restaurants in Marina Bay Sands, da gibt es etwa 30 Outlets, würde ich schätzen, sind auch alle gut. Und ich finde, dass das Sofitel in Singapur auch ganz toll ist. Das ist so etwa mehr Richtung Hafen. Und das ist ganz toll, weil das so ein individuelles Haus ist mit einer sehr, sehr tollen Zimmereinrichtung und auf der anderen Seite auch elektronisch gedacht, weil da der Roboter durch die Lobby fährt und die Fragen beantwortet oder die Klappe öffnet und ist ein kleiner Snack drin oder so. Also das ist ziemlich toll. Also sehr innovativ quasi. Auch innovativ. Auch auf jeden Fall innovativ. Und weil die Terrasse, finde ich, sehr toll zwischen den Hochhäusern so eingebettet ist. Die haben keinen Meerblick wie das Marina Bay Sands, aber haben das Beste aus der Lage gemacht. Und man sieht ein bisschen den Himmel, aber vor allem auch die Hochhäuser und die Fassaden sind so toll gestaltet, dass man nicht das Gefühl hat, da kommt jetzt Langeweile auf. Also das ist richtig toll. Und da gibt es ein Restaurant, da muss ich mal den Namen nochmal nachgucken, das in Familienhand ist, das so Krabben und frischen Fisch hat. Und die fischen wirklich auch noch. Oder ein Teil der Familie fischt und die Großmutter wäscht ab und der Onkel kocht. Und die haben ihre Plastikstühle und Tische auf dem Bürgersteig. Und das ist so ein toller Kontrast zu diesem manchmal so ein bisschen auch Möchtegern-Glamour dieser Stadt. Weil du so down to earth eben auf dem Bürgersteig deinen frischen Fisch wirklich essen kannst. Das ist großartig. Aber was ich zum Beispiel über Singapur gehört habe, ich war leider persönlich noch nicht dort, aber meine Eltern waren dort. Und meine Mama kam zurück damals und die hat gesagt, Jenny, das ist Wahnsinn. Die Straßen sind wie geleckt, die sind sauber, da ist kein Kaugummi, nichts. Ist das wirklich so? Das hat ja auch mit den Strafen zu tun. Also Kaugummischpucken kostet ja Geld. 500 Dollar, glaube ich. Irgendwie so, wenn dein Hund irgendwo... Aber wäre Berlin ja richtig reich hier, wenn die das so setzen würden. Das musst du natürlich auch durchsetzen. Auch wenn S-Bahn besprüht werden, gibt es Stockschläge. Also das könnte man so unter dem Thema freiheitliche Demokratie. Aber es ist Guided Democracy und das ist vielleicht der Preis. Und die sind sehr, sehr ordentlich. Es ist so ein bisschen die Schweiz-Singapur. Also ich könnte ja sagen, ich fühle mich dort zu Hause. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, da fehlen mir die Berge. Wobei es gibt Mount Farber, diesen Farber Peak, wo man hochfahren kann. Da ist die Luft auch ein bisschen besser. Und da gibt es dann eine Seilbahn rüber nach Sentosa Island. Das ist auch eine Tour, die ich auf jeden Fall empfehle, weil man mal wirklich über der Stadt dann auch fährt und gondelt. Das ist ziemlich toll. Wie lange muss man da einrichten, wenn man das machen möchte? Ist das ein Tagesausflug oder... Also dieses Sentosa ist ein Tagesausflug oder vielleicht ein bisschen mehr als ein Halbtag. Singapur an sich finde ich deshalb spannend, weil wenn man sich ein bisschen auskennt, kann man das auch in drei Tagen sehen. Das ist auch so Asien-Light, alles geordnet, alles hat seinen Platz. Man sollte auf jeden Fall den alten botanischen Garten zu Fuß erkunden. Der ist wirklich großartig. Der gibt es ja über 150 Jahre schon und hat ganz, ganz tolle alte Bepflanzungen da. Ja, aber mir ist immer so, dass nach drei Tagen Singapur denke ich, jetzt hast du es wieder gesehen. Jetzt kann man auch wieder abreisen, jetzt reicht es auch wieder. Das sind andere Städte wie Tiefel ist zum Beispiel wesentlich spannender und unentdeckter. Ja, und an der Stelle wollte ich mal die Fahne für Georgien insgesamt hochhalten, wenn ich darf. Weil das ist so ein Land, das ist ja so südlich des Kaukasus, klimatisch gesehen total angenehm. Die haben so ganz ein trockenes Klima, da wächst auch natürlich viel Wein, total viel Obst und Gemüse, immer frisch, fast das ganze Jahr über. Aber dann hast du, wenn du weiter östlich kommst, immer diese Kaukasuskette im Norden, diese schneebedeckten Berge von jedem Hügel aus. Siehst du die, die Schweizer natürlich sowieso wieder ein Stück Heimat geben. Dann sind die Menschen irgendwie ganz, ganz special. Das ist so eine Mischung aus griechischen, türkischen, Asiaten. Also ganz toll, einfach wahnsinnig Personalities, die du da triffst. Und das ist auch eine sehr innovative Gesellschaft. Es gibt sehr, sehr viele Einzelinitiativen von Hotels und Hostels und Restaurants und so. Also Tiflis wird teilweise auch aus das Neue Berlin, was das Nachtleben betrifft, gehandelt. Und ist ja schon auch eine ganz, ganz alte Stadt. Also Alexander Puschkin ist da schon in diesen Schwefelthermen gewesen. Die kann man heute noch besuchen. Da habe ich mir auch mal so einen Hammam gegönnt mit dem gleichen Bad, was schon 1840 beschrieben wurde. Und das war ziemlich cool. Also das waren so Mosaikbäder, wirklich so historische. Und da wurdest du dann eingeseift und abgeschrubbt. Und hast du dann deinen Obolus bezahlt. Das liegt so in der Altstadt so ein bisschen am Felsen. Das ist ziemlich toll. Also Tiflis kann man eben auch sehr gut zu Fuß wandern. Das ist nicht so klein wie jetzt Ljubljana oder so, dass man vielleicht sagt, naja, in einer Dreiviertelstunde ist man durch. Das ist doch eine ordentliche Strecke. Aber es ist einfach spannend, weil es so viele unentdeckte Ecken gibt, wo das Leben einfach stattfindet. Ja, es gibt, ich finde generell, das Leben hat keine Generalprobe. Es findet statt. Und das sieht man eben in Tiflis vor allem. Da gibt es ein Hostel. Da kann man, das ist in einer alten Fabrik, die einzelnen Fabrikgetagen sind in Hostelzimmer umgebaut. Aber man kann mit einem bisschen Vorlauf eine Suite buchen mit einer Dachterrasse. Und die ist gigantisch, 50 Quadratmeter große, holzbeplankte Dachterrasse mit Blick über die ganze Stadt auf die Kathedrale. Und wenn man am Sommerabend draußen sitzt und so, das ist gigantisch, das Feeling, das Erlebnis. Also richtig toll. Wenn man in, das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp, den ich geben darf für Georgien. Gerne, gerne. Etwa zwei Stunden östlich von Tiflis gibt es eine Region in Cacheti, das Zinandali Estate. Das ist eines der ältesten Weingüter in ganz Georgien. Die Familie Chavkavatze, ich habe lange geübt, um den Namen auszusprechen, ist so eine alte, adlige Familie, die als erste diesen Weinanbau angefangen hat. Und auch diesen traditionellen Kevri-Wein, der ja unter der Erde in so Amphoren produziert wird, sozusagen. Dann Fermentation findet unterirdisch statt, im verschlossenen Tonkrug. Also ganz alte, antike Tradition eigentlich. Und dieses Weingut ist teilweise noch Weingut, aber ist auch Hotel. Und wurde von einem Investor umgebaut. Und Ingo Maurer aus Schwabing hat im Prinzip das komplette Innendesign und Lichtkonzept gemacht. Und eine der alten Hallen, landwirtschaftlich genutzten Hallen früher, da ist das Dach weggenommen worden und ist ein Amphitheater eingebaut worden. Und da haben die ein Musikfestival vom Feinsten, was die im Sommer da abhalten. Also von den Großen, Martha Agerich, Andra Schiff, You Name It, Thomas Hemsson. Also die Großen, die hier auch in Berlin spielen, die spielen dort auch im Sommer während etwa zehn Tagen. Und das ist alles möglich geworden durch einen großen Investor, durch einen der wohlhabendsten Menschen. Und der leistet es sich halt dann auch, da er der Hauptsponsor auch der Anlage und des Festivals ist, dass er da einen Hubschrauber-Landeplatz direkt neben dem Amphitheater hat. Und es kommt schon mal vor, dass das Konzert angefangen hat und während des Konzertes er mit seinem Hubschrauber neben dem Amphitheater landet, weil er ein bisschen zu spät war. Das ist dann der große Auftritt. Boss ist Boss. Aber das ist großartig. Also Zinandali mit TS, muss man sich merken, wir haben auch eine tolle Dachterrasse mit Pool obendrauf. Und da guckt man auf den Kaukasus und auf das ganze Anwesend. Du hast es uns schmackhaft gemacht. Wir waren in Kanischen. Und es kam auch noch nie zum Thema oder zur Sprache bei uns. Man hat so diese typischen Reiseziele, die man abhaken möchte irgendwo auch. Wir sind auch so, glaube ich, Abhaker, To-Do-Listen-Abhaker. Definitiv. Bei uns steht jetzt Afrika ganz groß. Jenny hat gesagt, sie will unbedingt einen lebenden Löwen in freier Wildbahn sehen. Und dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir irgendwie jetzt hinbekommen. Ich wollte ihr vor zwei Jahren die Nordlichter schenken. Wir sind nach Island gefahren. Wir haben alles gesehen, nur keine Nordlichter. Also da kommt ein Tipp. Tipp. Afrika, Botswana. Das habe ich schon öfter gehört. Botswara, Wumbura Lodge. Man fliegt im Prinzip über Johannesburg, dann nach Botswana rein und Richtung Norden und von Maun mit dem Buschflieger irgendwie dann noch zur Lodge. Und das Tolle bei der Wumbura Lodge ist, dass die Stämme, die dort wohnen, werden erst mal am Gewinn beteiligt. Ja, super. Und es gibt auch eine Quote von Stammesangehörigen, die ausgebildet werden in der Gastronomie und Hotellerie, in der Lodge, was ich super nachhaltig finde. Und die sind auch total verbunden. Also mir war zum Beispiel ein Koffer unterwegs verloren gegangen und ich bin wirklich nur mit dem Handgepäck angekommen. Ich hatte einfach nichts mehr zum Anziehen am nächsten Tag und ich habe dann gefragt, ob die mir das über Nacht waschen und bügeln konnten, weil ich einen wichtigen Termin hatte, zurück in der Hauptstadt, in Gaborone beim Minister. Und dann hat so eine tolle Wäscherin, eine Frau aus dem Stammesgebiet, hat mir da alle Kleider abgenommen. Ich lief da im Handtuch rum und die hat mir dann das Zeug gewaschen und gebügelt und wiedergebracht. Also ganz großartig. Und jetzt kommt es so apropos Löwen und alles sehen und ich habe da innerhalb von 24 Stunden wirklich alles gesehen. Ich war da mit zwei Rangers unterwegs, deren Vater und Großvater schon da gewohnt haben in dem Gebiet und der kannte jede Ecke. Und der war über Funk in Kontakt mit den anderen Rangers. Wir haben alles gesehen, Löwen, Nilpferde, Elefanten, Giraffen, Schakale, also wirklich das komplette Programm. Und als ich das dann dem Minister in Gaborone erzählt habe, hat er gesagt, boah, das kommt auch nicht oft vor, dass du in 24 Stunden das volle Programm eben hast. Also man muss ein bisschen Glück haben. Natürlich. Aber Wubura Lodge kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist sehr gut. Sehr gut. Da haben wir schon mal einen Tipp, den wir auch dann, wo wir dich dann anrufen werden, wenn es nicht so gut war. Definitiv. Sag mal, jetzt bist du ja wirklich viel unterwegs und schon über viele Jahre viel unterwegs. Willst du eine deiner lustigsten Reisegeschichten mit uns teilen? Ja, lustig im Sinne von... Oder muss nicht lustig sein oder ganz besonders oder eine Geschichte? Also es gibt schon ein paar Storys natürlich, die ich hätte. Eine beginnt mit der Reisevorbereitung. Ich bin nämlich mal dabei gewesen, eine Reise für Nordkorea zu planen. Und ich bin übrigens nicht hingefahren, weil in der Vorbereitung hatten wir auch Kontakt hier zu den entsprechenden Stellen und Behörden. Das ist ja alles ein bisschen kompliziert. Und die haben uns gefragt, und warum möchten sie eigentlich nach Nordkorea reisen? Ja, ich komme. Also so nach dem Motto, wir wollen eigentlich auch keine Touristen haben. Wir haben so ein bisschen Richtung Messe und Tourismus und so natürlich gedacht. Und die haben uns gefragt, aber why do you want to come? Und dann wurde es uns dann so ein bisschen mit den allen anderen Umständen ein bisschen zu heikel. Es gibt schon auch eine Story, die ist schon auch insofern bewegend. Wir sind mal vom Hauptbahnhof in New Delhi mit dem Zug nach Agra gefahren. Und das war schon ein gigantisches Erlebnis. Morgens um fünf am Hauptbahnhof in Delhi in der großen Halle, wo kein Quadratzentimeter auf dem Boden frei ist, weil alle auf ihren Matten einfach schlafen und auf den nächsten Zug warten. Der Zug ist ja das demokratische und wichtige Fortbewegungsmittel, was sich dann doch jeder leisten kann, der reisen muss. Und als der Zug, wir stiegen dann erste Klasse ein, das war jetzt nicht so wild bewegen vom Preis her, aber man wollte uns nicht in die zweite und dritte Klasse stecken, weil wir dann sahen, was denn geschah. Als der Zug losfuhr, kletterten tatsächlich die Leute an den Fenstern hoch und hielten sich von außen am Zug noch fest und fuhren dann da mit. Und wir kriegten dann auch was serviert, so eine Art Frühstück auf dem Tablett und alte Gewohnheit. Ich bin dann durch den Waggon gegangen zum Bordrestaurant und versuchte einen Blick in die Küche zu erhaschen, um zu sehen, wie die das zubereiten. Und ich habe dann nichts angerührt, wirklich. Also diese Küche ist bestimmt seit Mahatma-Gandis-Zeiten nicht mehr gereinigt worden. Es war so viel Fett und Schmutz überall und so und ich habe da nichts angerührt. Aber es war sehr erlebensreich, mit dem Zug nach Agra zu fahren. Also das kann ich auf jeden Fall mal als aperçu sozusagen erleben. Was uns in Ulaanbaatar mal passiert ist, im Hotel, wir mussten glaube ich aus Zeitgründen irgendwie Freitag ankommen, weil wir Montagfrüh einen Termin hatten und haben Freitagabend eingecheckt und es wurde so kalt im Hotel. Ich bin dann runtergegangen und habe gesagt, kein warmes Wasser und nichts. Da hat er mir irgendwie verständlich gemacht, ja Heizung ausgefallen. Da habe ich gesagt, ja, aber ich muss da bis Montag überlegen. Und dann sagt er, ja, aber hier ist ein postsozialistisches Land. Sie glauben noch nicht, dass ein Klempner am Freitag nach 14 Uhr kommt. Auch nicht ins Hotel, der kommt morgen Montag früh um acht. Und dann habe ich gesagt, bin ich wieder weg. Also haben wir versucht, unser Programm am Wochenende möglichst außerhalb des Hotels zu erledigen, weil es einfach schweinekalt war und auch kein warmes Wasser. Und das Spannende ist ja in der Mongolei, dass die Grundstücke, die privaten, die man denn immer sieht, die sind umzäunt, weil die ganze Mongolei gehört ja allen Mongolen, außer das, was umzäunt ist. Das heißt, ihre Herden können die im Prinzip auf alles freie Land treiben. Im Moment, wo da ein Zaun steht, dann heißt es Private Property. Und in diesen Private Properties stehen immer zwei Typen von Häusern, ein Holzhaus und eine Jurte. Übrigens auch am Stadtrand von Ulaanbaatar. Du fährst raus zum Flughafen, kommst sozusagen aus der ersten Bebauungsreihe raus, da steht sofort Holzhaus und Jurte. Nächstes Grundstück, Holzhaus und Jurte. Und die haben uns erklärt, das Holzhaus ist für den Sommer, weil da zieht es ein bisschen durch, ein bisschen luftig und so weiter, aber die Jurte ist für den Winter. Und wir sind über dieses Wochenende tatsächlich dann auch in ein paar Jurten gewesen. Und da ist es einfach warm, durch diesen Filz und alles, also wirklich gigantisches, kleines Wärme-Iglu sozusagen. Bist du dann auch mal rausgefahren? Also warst du auch in den... Ja, also wir waren auch draußen in der Steppe, tatsächlich an diesem Wochenende. Und das war wirklich auch ein sehr ergreifendes Erlebnis, weil dieser Himmel und diese Luft so klar war. Und da hast du diese Steppe, die so karg und für uns so unbesiedelt und so langweilig ist. Da sitzt auch ein mogolischer Hirte und dichtet ein Lied auf einen Stein, auf einen Felsen, ja, für einen Felsen. Und wir haben dann auch in den Jurten gegessen. Das war auch ganz toll. Natürlich ganz wenig Zeug, was wächst, ja, weil der Hummus ist ja nur ein Zentimeter dick oder so im ganzen Land. Die müssen also alles Gemüse oder so importieren, aber es gibt halt immer dann Fleischgerichte. Und die haben uns dann zum großen Chinggiskan-Denkmal rausgeführt. Das ist ein überlebensgroßer Reiterstatue mit Chinggiskan obendrauf. Und da ist ja ein Museum unten drin. Und das war auch sehr beeindruckend. Vor allem, weil keines der Artefakte, die da ausgestellt war, echt war. Da hat der Gründer, auch wieder Privatinitiative, jedem Bauern, der ihm vom Acker irgendeine alte Speerspitze brachte, irgendwie tausend Türkerück bezahlt, das weiß ich, fünf Euro oder so. Und der hat jedes Artefakt nachbauen oder nachgießen lassen, sodass die Originale irgendwo bei ihm im Keller liegen. Aber im Museum ist kein einziges echtes Ding. Und das ist ja auch ganz strange, die Vorstellung von Museum für uns. Absolut, absolut. Es ist eine andere Museumskultur, als wir sie haben. Ich war in der Mongolei, das ist schon lange her, wo ich in China gearbeitet habe, bin ich dann auch mal in die Mongolei. Und wir sind tatsächlich mit Nomaden. Es gibt eine Organisation da, die vermittelt quasi Reisen mit Familien. Also man ist dann quasi für einen Tag oder zwei Tage bei einer Familie, die draußen außerhalb in der Steppe lebt. Und da waren wir auch über fast zwei Wochen und haben von Zeltstadt zu Zeltstadt gelebt. Und das war unheimlich interessant. Also es war wirklich eine ganz tolle Zeit. Und was mir so hängen geblieben ist, ist, man hat ja so seine Bedürfnisse und man muss ja auch mal auf Toilette. Und ich habe mir gedacht, es gibt ja keine Toiletten da. Also es ist ja nicht so, dass die kleine Häuschen da haben, sondern die gehen alle raus aus dem Zelt. Jetzt ist das okay, wenn man mal klein muss. Aber wenn man dann groß muss, da habe ich gedacht, um Gottes Willi, wie machen die das? Ich habe es dann in der Nacht versucht, dann waren die wilden Hunde da. Also es war ein sehr stressiges Erlebnis für mich. Und habe aber gesehen, dass die Chefin oder die Mutter von denen, wo wir waren, die hatte einen riesengroßen Mantel und ist mit diesem riesengroßen Mantel immer rausgegangen, so 20 Meter vom Zelt entfernt, hat den ausgebreitet und hat den angehabt, aber so ausgebreitet und hat sich hingesetzt. Und dann war der Mantel wie ein Zelt. Und ich habe noch immer gedacht, Mensch, was machen die denn da mit dem Mantel? Bis mir dann an dem einen Morgen, als ich sie dann gesehen habe, habe ich gesagt, okay, du guckst sie jetzt an. Die macht gerade ihr großes Geschäft. Mobile Toilette. Das war die mobile Toilette. Ich fand das also unheimlich stark. Ich habe mich nicht getraut zu fragen, ob ich den Mantel mal ausleihen darf. Aber das war so mein... Das ist mein schlimmster Albtraum. ...Erlebnis in der Mongolia. Aber auch ein tolles Land. Also ich muss auch sagen, kann ich nur... Auch die Menschen. Also im Unterschied zu den chinesischen Nachbarn hat man das Gefühl, da es nicht so viele Millionen sind, ist irgendwie das Individuum weit mehr ausgebildet. Das Kollektiv zählt nicht so, sondern das Individuum. Das sind so Charaktere, die Menschen auch, wenn die lachen und so. Das hat mich sehr berührt. Und ich habe heute noch Freunde und Beziehungen sozusagen. Wir hatten mal ein Projekt vor zehn Jahren mit der Regierung da. Aber die sind auch sehr, sehr anhänglich und sehr, sehr treu irgendwie. Die schreiben mir immer noch und fragen, wie es geht. Also richtig toll. Du sprichst ja auch sehr, sehr viele Sprachen, gell? Ach ja, sechs Sprachen. Haben wir mal. Sechs Sprachen, das ist in Ordnung. Aber das hat mir als Reiseleiter immer geholfen, weil da kannst du den Sprachenbonus immer draufhauen in Berlin. Also Deutsch konnte jeder führen. Aber dann so ein bisschen wir. Obwohl jetzt wird ja viel Englisch gesprochen in Berlin. Wie findest du das? Very international. Also sicherlich hat es einen Vorteil, erst mal, wenn man Fachkräfte braucht, dass man ihnen nicht erst mal den Deutschkurs aufprommen muss. Weil wenn der was kann, aber nicht Deutsch spricht, ist es kein Showstopper. Verstehe ich an der Stelle. Aber Hoteliers aus der Schweiz, die ich kenne, sagen wir, der Fachkräftemangel in der Schweiz ist so extrem. Da zahlen die den Praktikanten. In Genf in den Fünf-Sterne-Hotels schon 5.000 Franken pro Monat, dass sie einfach bleiben, weil sie niemanden sonst haben, der halt Französisch spricht. Aber sonst muss man halt mit nicht lokal sprechenden Leuten Vorlieb nehmen. Also in Berlin kann ich es aushalten, aber ich höre natürlich in anderen Destinationen lieber die Sprache, die gesprochen wird. Das ist schon auch ein Teil des Reiseerlebnisses, ne? Finde ich auch. Also wir sind noch, wehren wir uns dagegen, wir sagen, man muss irgendwie die Deutschkenntnisse doch haben, weil wir es auch schöner finden. Also ich finde es nichts schlimmer, als wenn man in ein Hotel reinkommt und jemand mit ganz schlechtem Englisch dich begrüßt, obwohl man hört, dass er Deutsch sprechen könnte. Also das will mir nicht in den Kopf, ob das dann auch Marketing ist. Aber Sprachen ist, was sprichst du denn? Jetzt hast du gesagt sechs Sprachen. Ja, also ich würde natürlich Schweizerdeutsch immer als eigene Sprache bezeichnen, weil da gibt es ja alleine schon nochmal 50 Subdialekte. Also das ist, glaube ich, schon mal relevant. Also neben Deutsch, Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch fließend spreche ich auch Spanisch und Russisch und habe mit meiner Tochter zusammen angefangen, Chinesisch zu lernen. Sie ist aber dann weitergekommen bis zur zweiten, dritten Prüfung, glaube ich sogar. Und ich bin dann irgendwie beim ersten Level stehen geblieben. Aber Latein war immer eine super Basis. Deshalb würde ich das jedem, der sich irgendwie da durchquellen muss, trotzdem während der Schulzeit immer noch empfehlen. Das hilft einfach für die Struktur und Kulturverständnis insgesamt. Ja, super. In China ist die Sprache ja tatsächlich eigentlich ganz einfach, wenn man begreift, was... Also die haben ja gar nicht so viele Wörter, so ist es. Ich glaube, wir Deutschen haben die meisten Wörter, die meisten Wörter für Dinge. Und das hat man in China. Aber es ist unheimlich schwierig. Ich habe in China gelebt und ich habe es auch kurz versucht. Ich habe aus zwei Gründen wieder aufgehört. Keiner wollte mit mir Chinesisch sprechen. Also die Chinesen wollten Englisch sprechen unbedingt, weil die Englisch lernen wollten. Und mit der Aussprache, es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Aber es ist sehr interessant. Also absolut. Da habe ich noch eine Story von Peking, als ich mit einem Taxifahrer vom Flughafen kam, das erste Mal und Richtung Geschäftstermin fuhr, wollte ich... Aber habe ich dem gesagt, ich möchte einfach was essen zwischendurch. Ich möchte einfach Nudeln, also klassisch einfach nur einen Teller mit Nudeln. Das ist er mit mir zum Supermarkt gefahren. Da dachte ich, ist da jetzt so eine Nudelküche unten drin oder so? Ist er mit mir ausgestiegen und mit mir zum Regal gegangen und habe mir gezeigt, wo im Regal die Plastikbehälter mit aufkochbaren Nudeln sind. Da habe ich gesagt, nee, 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 nee. Er soll mich zu einer Garküche oder so bringen? Da dachte er, ich will die vielleicht kaufen oder so und mir im Hotelzimmer das aufgießen. Das habe ich auch bei den chinesischen Reisenden oft gesehen, die durch Europatouren, Europe in three days, also den Bus von Florenz über Interlaken nach Paris, die gießen sich im Bus tatsächlich auch ihre Nudeln auf, shoppen aber in Interlaken in den Uhrengeschäften die Rolex, gleich noch für die Nachbarn mit und für die Nachbarn der Nachbarn, machen das Beweisfoto vor Eiger Mönch und Jungfrau und vor dem Uhrenshop, Nudeln aufgießen, rein ins Auto und dann wieder weg. Also Wertschöpfung, Destination mit Reisegruppen ist nochmal ein interessantes Thema. Es ist aber generell noch nicht nur die Reisegruppe, sondern auch, also das ist so meine persönliche Erfahrung, die ich in meinem Hotelleben machen durfte, dass viele asiatische Gäste grundsätzlich einen Wasserkocher im Zimmer brauchen. Und ich hatte ganz lange gedacht, ja deswegen Tee, Tee ist für mich irgendwie so ein bisschen asiatisch und ist dann aber nicht der Fall, sondern es sind tatsächlich die Nudelsuppen. Also es ist wirklich so, dass viele asiatische Gäste mit ihren Nudelsuppen reisen und dann im Hotelzimmer sich die Nudelsuppe aufgießen. Also es ist irgendwie schon witzig. Aber weil es auch, ich finde, das merkt man bei italienischen Gästen und bei asiatischen Gästen, die sind sehr, möchten eigentlich nichts Neues probieren. Die wollen eigentlich das essen, beim Essen hört es auf. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, wir haben in Veneto Freunde, das sage ich jetzt ganz ungeschützt, ganz tolle, wirklich super, super liebe Freunde, aber die sind in meinem Alter und die haben noch nie Sushi gegessen. Die haben aber noch nie Sushi gegessen, weil sie sagen, die italienische Küche reicht uns völlig aus, völlig aus. Ich bin bei Italienern großgeworden, ich bin eine Pflegemutter, klassisch meine Mutter hat gearbeitet, war getrennt und dann habe ich in der Zeit auch nur italienisch gegessen und als Koch habe ich gerne gegessen, sowieso schon. Und meine Pflegemutter, also es ist auch, wenn sie was anderes außeritalienisch ist, ist es sehr, sehr schwierig. Und sie braucht auch viel Licht, sagt sie, wenn sie woanders essen ist. Also sie mag keine Restaurants, wo es dunkel ist, sie muss sehen was und die hat immer ihre Brille an. Also die muss immer genau gucken und genau inspizieren. Das ist ja ein Phänomen, also wirklich. Also wir haben ja Glück mit einem Italiener bei uns im Quartier im Süden. Der ist selber auch Jäger und der kommt aus Sardinien und hat schon ganz lange Jagdscheine und der jagt halt Brandenburger Wildschwein. Und dann macht er halt Cingiale mit selbstgemachten Gnocchi. Ich weiß, das ist basic, aber das kriegt so hausgemacht, ist das wirklich, wirklich viel wert. Es ist absolut, absolut. Und es ist auch die Basis. Also nichts gegen die Italiener, wo man es nicht macht. Ihre Küche ist schon toll, aber man kann sich auch ein bisschen öffnen. Muss man, genauso wie beim Reisen. Wir kommen jetzt schon zu unserer letzten Kategorie tatsächlich. Wir haben dich im Vorfeld gebeten, du kennst unser Haus, du weißt, dass wir für unsere Peking-Ente bekannt sind und nach der Peking-Ente oder der X-Berg-Dack, die ja eigentlich nur verwandt ist mit der Peking-Ente, gibt es immer einen Glückskeks. Wir tun uns unheimlich schwer, über die letzten fünf Jahre immer wieder neue Sprüche für die Glückskekse zu finden. Also wir haben schon versucht, Witze reinzumachen und, und, und. Deswegen haben wir gesagt, das übergeben wir jetzt an unsere Gäste. Dementsprechend, was hast du für eine Weisheit oder für einen Spruch dabei? Also ich habe drei Sachen dabei. Nein. Wow. Ich habe meinen Sohn erst mal gefragt, bevor ich hergekommen bin. Er ist 18, habe ich gesagt, was soll ich denn sagen? Sagt er ganz spontan, naja, schreib doch drauf. Ich bin nur ein Keks, ich kann dir nicht helfen. Aber ich habe so bei mir gedacht, also ich bin so eher fürs Ernste. Das Ernste, ja, also ich glaube, das Standardprogramm, du wirst in den nächsten vier Wochen jemanden treffen, der dir einen großen Reichtum beschert, das glaube ich, ist ein bisschen... Glaubst du nicht daran? Das ist cool. Ich hoffe immer noch. Also, um es mit Heinrich Heine so ein bisschen zu paraphrasieren, das Glück ist volatil, aber das Einzige, was man machen muss, ist zu verhindern, dass sich das Unglück neben deinem Bett häuslich niederlässt und anfängt zu stricken. Großartig. Okay. Das habe ich mir so gedacht und vielleicht noch einen zweiten Spruch, der aber auch mein Leben wirklich prägt, das ist so, würde ich mal sagen, meine Philosophie. Den würde ich aber auf Englisch nochmal machen, weil der passt auf Englisch eigentlich gut. No success in business and life can compensate failure at home. Okay. Das ist so ein bisschen meine Lebensweisheit, weil die Familie ist das Zentrum. Ja. Da komme ich wieder nach Hause, wir hatten es vorhin nach Hause kommen, in der Familie ruhe ich, in der Familie lernen wir am meisten voneinander und es macht wirklich Spaß, sich draußen umzusehen und zu entwickeln beruflich und so weiter. Aber in der Familie zu versagen, das macht keinen beruflichen Erfolg im Gewett. Familie ist das Wichtigste. Hast du, ist beruflicher Erfolg, ist das für dich was, wo du drauf hingearbeitet hast immer? Wolltest du immer da sein, wo du jetzt bist? Oder ist es auch im Leben so dazu gekommen, dass du zurückguckst und sagst, das hat alles Spaß gemacht und das ist so passiert und ich habe mich eigentlich vor 30 Jahren ganz woanders gesehen? Definitiv. Ich wollte ursprünglich Dirigent werden und jetzt dirigiere ich eine Messe. Es hat so ein bisschen was, aber es hat manchmal auch was mit Zirkus und Dumptör zu tun. Aber natürlich, man hat ein Publikum, man muss Leute dirigieren. Ich glaube, das Leben hat mich irgendwie immer gefunden und die Stationen im Leben und die Türen haben sich geöffnet und haben sich manchmal auch geschlossen. Und darauf habe ich vertraut und vertraue ich noch auch weiterhin. Ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Auf jeden Fall. David, vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Wir hätten noch stundenweiter reden können. Wir haben es sehr genossen und du hast es uns sehr einfach gemacht als eine unserer ersten Aufnahmen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich auch sehr gefreut. Euch alles Gute. Dankeschön und wir hoffen, dass wir uns dann 2023 auf der ITB sehen. Ich hoffe auch. Wir drücken die Daumen. Dankeschön. 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 Vielen Dank.